Einfach da sein und zufrieden sein mit dem Blicken, sagt Schwarzmann. Aber das bewusste Bewusstsein dessen, dass das ja alles da ist, und einschließlich des Bewusstseins selbst, ist unterschiedlich besetzt. Bei den einen, der Linken gegen die rechte anaximantrische Seite, die Freud, die histrionische, gegen die zwanghaften, nennt, wird alles nur besetzbar, was von Ausfuhr und bei den anderen was von Einfuhr zeugt. Sprich...